Wir sagen Danke. Danke an jene, die zur Erhaltung des Systems beitragen, ohne deren wertvollen und unermüdlichen Einsatz es aktuell nicht gehen würde. Deshalb lasst uns gemeinsam ein Dankes-Video für diese Menschen machen. Wie kannst du mitmachen? Besuche die Seite filmo.at. Dort lädst du dein Video hoch. Was solltest du bei der Aufnahme beachten? Reduziere während der Aufnahme Hintergrundgeräusche wie Radio oder Fernseher. Und achte auf eine helle Umgebung. Was sollst du sagen? Sage mit einem Wort oder einem kurzen Satz Danke an all jene, die jetzt für uns da sind. Was passiert mit deinem Video? Aus den Einsendungen wird ein Dankes-Video erstellt und auf sozialen Medien geteilt. Eben als Dankeschön an all jene, die jetzt für uns arbeiten. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam bewegen wir die Welt. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es dich gibt. Vielen Dank.